Heute stelle ich dir Volvo XC40 B3 Benzinautomatik im Co-Outfit vor. Er hatte bisher einen Partner, mit dem es leider nicht geklappt hat und jetzt ist er auf der Suche nach vielleicht dir. Wenn du also vielleicht gerade auch auf der Suche nach einem neuen Partner bist, dann schaue dir den nun folgenden Partnerscheck zum Volvo XC40 an. Vielleicht passt dir er zusammen. Gleich nach dem kurzen Intro geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen bei HoliCast. Ich bin Holi und stelle dir immer potenzielle neue Partner, Partnerin vor. Das hier ist Volvo XC40 B3 Benzinautomatik in seinem Co-Outfit. Was du wissen solltest und die Vorgeschichte zum Volvo XC40. Volvo XC40 B3 Benzinautomatik bietet dir 163 PS bei 4 Zylindern und ein 8-Gang-Automatik-Getriebe. So wie dir wahrscheinlich sehr bekannt sein sollte, ist der Volvo XC40 komfortabel und sicher unterwegs. In 2023 wurde er geboren und fand sofort seinen ersten Partner über das Abo-Modell Care bei Volvo für ein Jahr. Mit seinen 9000 Kilometern ist er noch nicht viel herumgekommen. Doch das kann sich erinnern, wenn du Interesse an dem Volvo XC40 B3 hast. Jetzt kommen wir zum Zustand von Volvo XC40. Volvo XC40 B3 Benzinautomatik in dem Co-Outfit hatte noch in seinen jungen Jahren keine Berührung mit anderen Artgenossen. Also er ist unfallfrei und hat auch keine Nachlackierung. Der erste Check würde erst im Oktober 2023 fertig werden, inklusive einem frischen TÜV-Siegel. Das solltest du berücksichtigen, aber Volvo XC40 ist bestimmt bereit, dies vorher für dich zu erledigen. Ansonsten hat er ganz normale optische kleinere Gebrauchsspuren, die mit einem Lackstift ausgebessert werden können. Die montierten Alvetta-Sohlen auf 18 Zoll Schuhen sind noch in sehr gutem Zustand, wie gesamt der optische und technische Eindruck. Da gibt es also nichts zu bemängeln, bis auf die zwei Stellen, die ich dir gerade gezeigt habe. Für den anstehenden Check und das TÜV-Siegel solltest du so um die 450 Euro berücksichtigen. Aber wie schon erwähnt, mit Volvo XC40 kann man reden. Sprech ihn einfach an und ihr werdet euch einig. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum Marktwert und meine faire Kaufpreiseinschätzung. Der aktuelle Marktwert vom Volvo XC60 B3 Benzinautomatik in Core Outfit liegt zwischen 33.000 bis maximal 34.000 Euro. Ein fairer Kaufpreis sollte also für sich liegen bei 32.500 Euro, wenn du im Oktober 2024 die eben erwähnten Invest selber tätigen solltest. Sollten diese aber von Volvo XC40 übernommen werden vor Übergabe an dich, dann liegt der faire Preis bei 33.000 bis maximal 33.500 Euro. Und das alles bekommst du für diesen Preis von Volvo XC40 geboten. Neben dem bereits erwähnten 18 Zoll Schuh mit gutem Allwetterprofil ist eine Außenfarbe in Onyx Black Metallic. Die Fenster ab der B-Säule sind leicht dunkel getönt. Vorne begrüßt ich Volvo XC40 mit LED-Scheinwerfern, welche auch liebevoll Thor's Hammer genannt werden, wegen der Optik. In diesen ist auch das LED-Tagfahrlicht integriert und weiter unten die kleinen und süßen, aber guten Nebelscheinwerfer. Der integrierte Fernlichtassistent rundet die Lichtshow vorne ab. Dieser ist einzuschalten über den Lenkstock links am Lenkrad, indem man einfach nach oben switcht und dann erscheint da das A für Fernlichtautomatik. Damit die Scheinwerfer vorne sauber bleiben und ihr gemeinsamen Durchblick behaltet, ist eine Scheinwerferreinigungsanlage integriert. Solltest du also die Windschutzscheibe vorne sauber machen wollen mit der Spritzanlage, geht beim dritten oder vierten Mal auch die Scheinwerferreinigungsanlage raus und sprüht mit Hochdruckdüsen die Frontscheinwerfer mit Wasser voll. Hinten erscheint Volvo XC40 mit LED-Hackleuchten und Bremslichtern auch in der Mitte. Die Heckleuchten sind im typischen Volvo-Design. An der Front sowie Heckschürze sind jeweils links und rechts Einparkhilfen montiert, damit der Volvo XC40 selber keine Schrammen verursacht. An der Kofferraumunterkante, für einen besseren Rückblick, ist dann auch eine Rückfahrkamera eingetreten. Dies sieht dann wie folgt aus, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Die beiden Ohren sind in Außenfarbe lackiert. Sie bieten einen großen und guten Überblick, beinhalten den Totenwinkelassistent, welcher farblich sich gestaltet, je nachdem ob ein Auto im Totenwinkel ist oder nicht. Außerdem lassen sich die beiden Ohren elektrisch verstellen, anklappen und sind natürlich auch beheizbar. In der Winchelscheibe und auch in der Frontschürze sind einige Assistenzsysteme verbaut, wie zum Beispiel Verkehrsschildererkennung, automatischer Notbremsassistent, welcher auch City Safety genannt wird, Spurverlassungswarnung, aktiver Spurhalteassistent, Querverkehrsmarner, Regensensor, Lichtsensor, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, geknüpft mit dem Tempolimiter, Aufmerksamassistent und noch einige mehr, die aber jetzt das Video hier sprengen würden. Wenn du einmal die Hände voll haben solltest oder einfach nicht den Schlüssel von Volvo XC40 in der Tasche suchen möchtest, bietet dir Volvo XC40 ein Keyless Entry & Close System. Das funktioniert einfach und wie folgt. Drauftippen, abschließen. Die Ohren klappen sich an. Man möchte einsteigen, einfach reingreifen. Die Ohren klappen sich auf. Noch praktischer ist dieses Keyless System für die Heckklappe. Wenn du also Einkaufstaschen in der Hand hast und nicht in Schlüssel greifbar hast und nicht drankommst und es ist nass zum Beispiel auf dem Boden ist und die Taschen nicht abstellen möchtest, musst du einfach hier bei dem mittleren linken Einparkhilfensensor seitlich kicken und schon geht die Klappe auf. Umgekehrt natürlich auch, wenn du jetzt jede Menge Sachen rausnimmst und die nicht abstellen möchtest und die Hände voll hast, musst du einfach hier unten auch wieder kicken und die Klappe geht wieder zu. Echt praktisch, diese Erfindung. Wie du jetzt feststellen konntest, bietet dir Volvo XC40 wirklich sehr viel Komfort und Sicherheit. Und jetzt kommen wir noch zu den Innenraumfeatures, welche auch vielfältig vorhanden sind. Innen bietet dir Volvo XC40 Komfortsitze, welche mit Stoff bezogen sind. Sie sind nicht zu hart und auch nicht zu weich, deswegen eben halt auch Komfortsitze. Diese sind manuell verstellbar, in der Höhe, die Lehne und längs natürlich. Zudem ist die Oberschenkelauflage erweiterbar, auch manuell, auf beiden Seiten für bequemeres Fahren. Eine Vierwege, Lordosen- oder auch Lendenwirbelstütze ist elektronisch einstellbar. Beide Sitze vorne lassen sich beheizen, falls es euch mal kurz zu kalt werden sollte. Dafür muss man hier einfach draufdrücken und hat hier drei Haltstufen auf der Fahrer- und auch auf der Beifahrerseite. Und damit kommen wir jetzt auch zur verbauten Technik. Wir haben hier ein 9 Zoll Touch-Display, was wie üblicherweise und wie jeder kennen sollte, einfach rein tippen, rein, raus zoomen, Home-Button, wischen, zu bedienen ist. Oder über die Spracheingabe-Funktion, indem man entweder hier den Knopf drückt. Sitzheizung an. Alles klar, die Sitzheizung auf der Fahrerseite wird eingeschaltet. Oder man verwendet den Sprachassistenten, ohne die Taste zu drücken. Okay, Google. Sitzheizung aus. Alles klar, die Sitzheizung auf der Fahrerseite wird ausgeschaltet. Die Sprachsteuerung Google-Assistent ist deutlich besser als bei den Vorgängermodellen und kann natürlich auch einiges mehr als nur Sitzheizung, Navigation, Telefon, Radio. Man kann auch die Bedienungsanleitungen sich aufrufen lassen, die Klimaanlage ein- und ausschalten, die Temperatur einschalten und einstellen. Okay, Google. Temperatur 18 Grad. In Ordnung. Die Temperatur wird auf 18 Grad geändert. Wenn du hier unten auf den kleinen Button drückst, kommst du in das Einstellungssystem und kannst ganz viele Grundeinstellungen machen, welche auch auf dem Schlüssel abgespeichert werden können. Geländemodus. Hier kannst du wechseln zwischen Speedlimiter und Tempomat mit Abstandsregelung. Der Pilot Assist ist immer auswählbar. Sprich, das ist teilautonomes Fahren bis 130 kmh. Spurhalteassistent. Sportliches Lenkgefühl. Wenn man zurückgeht, kann man natürlich die ganz normalen Standard-Sound-Einstellung tätigen. Hier kann man auch die Grundeinstellungen tätigen, dass die Außenspiegel zum Beispiel einklappen oder auch der Innenspiegel automatisch abblendet, ob die Türen entriegelt werden sollen, wenn man den Wagen aufschließt, welche nämlich und ob eine Rückmeldung geben soll. Fahrzeugdaten hier im Instrumentensystem. Innenraumbeleuchtung kann man ein bisschen einstellen. Man kann mit verschiedenen Profilen arbeiten. Bis zu vier Stück sind möglich. Das Profil kann man dann mit dem Schlüssel, man hat zwei Schlüssel, natürlich dann auch koppeln und alles darauf dann abspeichern. Man kann den Profilen dann auch einen Namen geben und es gibt einen orangenen Schlüssel. Den kann man auch programmieren bezüglich zum Beispiel einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn man hier hochzieht, sieht man, es gibt Over-the-Air-Updates. Das bedeutet, Autos brauchen nicht mehr in die Werkstatt. Man bekommt hier dann automatisch das Update installiert. Das geht allerdings zulasten der SIM-Kartenkontingenz des Datenvolumens, welche hier hinterlegt sind. Maps, dürfte jedem bekannt sein, ist deutlich besser als das, was vorher verbaut war. Hier haben wir die Möglichkeit, Audio-Streaming zu tätigen. Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, Fahrzeug-Status, die verschiedenen Apps, die hinterlegt sind, und wie stark das Gebläse sein soll. Automatisches Gebläse. Frontscheibenheizung ist mit dabei. Ja, ist nicht integriert. Das ist also Frontscheibenbelüftung, Heckscheibenheizung, Umluftfunktion. Und hier oben kann man da drauf tippen und sagen, ich hätte gerne die Sitzheizung für den Fahrer und Beifahrer hat man bestimmten Außentemperatur automatisch an, genauso wie auch die Lenkradheizung. Lenkradheizung geht zum Beispiel auch über die Spracheingabe-Funktion oder man tippt hier unten drauf und dann kann sie auswählen. Heckscheiben automatisch hier in Eisungen. Also hier kann man einiges einstellen. Umlufttimer sollte man auf jeden Fall machen, dass wenn man vergisst, die Umluft rauszunehmen, dass er automatisch das dann erkennt, dass die Luft schlechter wird und das dann rausnimmt. Hier unten haben wir noch Kurzweiltasten. Hier können wir das auf Mute setzen, dass man die Musik nicht weiterhört. Das ist der Luftsensor, Luftfeuchtigkeitssensor und hier auch diese Kurzweiltasten wieder. Hier unten haben wir noch einen 12-Volt-Anschluss, einen umrandeten weißen USB-Anschluss. Damit würde Apple CarPlay gehen. Also Apple CarPlay funktioniert beim Volvo XC40 nur mit Kabelanschluss und nebendran ein normaler. Wir haben induktive Ladefunktion, das Automatikgetriebe, Parken und wenn man hier dran tippt, hier kann man auch durchgreifen, er schwingt immer zurück. Wenn ich jetzt einmal tippe, geht er in D oder ein R oder etwas sanfter tippen, also durchtippen, durchtippen oder etwas sanfter. Kommt man in die verschiedenen Gänge. Natürlich ist auch die manuelle Schaltung möglich. Da muss man einfach nur nach ganz unten machen, dann geht das. Auf P geht er automatisch, wenn man den Wagen ausmacht oder man drückt einfach auf P. Getränkehalter hat man hier. Wir haben die Handbremse und wir haben die Automatik-Hold-Handbremse dabei. Dann haben wir hier noch eine gemütliche Armlehne. Da drunter ist auch ein Staufach und das ist bestimmt schwer zu sehen. Da ist ein Schlüsselzeichen. Da kann man den Schlüssel hinlegen. Der wird automatisch geladen. Aber auch die Einstellungen werden auch nochmal abgespeichert. Und wir haben einen Mülleimer, der natürlich auch entnehmbar ist, damit man ihn auch mal ausleeren kann. Scheibenwischer-Funktion. Regensensor ist hier zu aktivieren. Sensibilität des Regensensors wird hier gemacht. Ansonsten haben wir einmal Wischen nach unten. Nach oben haben wir die Intervalle logischerweise. Und wir haben außen draufklicken ein Intervall, ein langsames Intervall und ein schnelleres Intervall für den Eckscheibenwischer. Das Ganze zu sich ziehen, machen wir die Frontscheibe nass. Und wie auch schon erwähnt, geht dann beim dritten oder vierten Mal die Scheinwerferreinigungsanlage mit. Dann haben wir hier das Licht. Grundsätzlich immer das Tagfahrlicht, das Parklicht. Schaltet das Fahrlicht automatisch ein und aus. In dieser Stellung. Und hier haben wir den Fernlichtassistenten, der automatisch sich das Fernlicht zieht oder wieder weg macht. Je nachdem, ob jemand entgegenkommt oder vor einem fährt. Wir haben die Nebelscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte. Hier haben wir noch einen Reset-Knopf, um dann die Anzeigen auf Null zu setzen. Was man noch hat, sind hier die beiden. Dafür muss ich mich aber erst mal anschnallen und die Parkbremse rausmachen. Denn, wenn man hier jetzt drauf drückt, sieht man da, Getriebe ist nicht in D, das haben wir auch noch vergessen. Man kann hier wählen zwischen Tempomat mit Abstandsregelung. Der wird dann aktiviert und man kann hier über diese Falltasten den Abstand machen und hier drüber dann die Geschwindigkeit noch anpassen. Das geht bis 180 kmh. Schneller fährt Volvo XC40 nicht. Das ist begrenzt. Oder wenn man einfach noch mal nach drüben drückt, dann haben wir den Tempomaten mit Abstandsregelung und Selbstlenken, also teilautonomes Fahren. bis 130 kmh maximal. Danach wird dieses graue Lenkrad grün, wenn er aktiv ist. Bei Spurwechsel, beim Blinker setzen, deaktiviert sich das System. Man macht selber den Spurwechsel. Danach aktiviert sich das System wieder. Man muss einfach nur zwei Finger dran halten oder das Knie zum Beispiel, also eine Berührung zum Lenkrad muss vorhanden sein und erhält sich wirklich sehr gut. Mitten auf der Straße kriegt langgezogene Kurven gut hin. Also Autobahn und Landstraßenfahrten funktionieren super. Stadtfahrten sind die Kurven ein bisschen zu eng. Das geht dann nicht so gut. Über den Knopf hier kriegt man dann den Bordcomputer und über den Knopf bekommt man auch die Karte angezeigt. Volvo XC40 bietet nicht nur vorne Platz, sondern auch hinten einiges. Und ich saß eben gerade ziemlich bequem. Ich bin 1,79 groß, habe lange Beine. Dementsprechend sieht man auch, hier kann definitiv jemand hinter mir sitzen. und wir haben natürlich das Klassische mit Isofix vorhanden. Wir haben hier unten nochmal eine USB-Anschlussmöglichkeit. Gebläse kommt hier hinten raus. Wir haben Netze zum Verstauen. Wir haben in den Türen Staufächer drin. Und wir haben natürlich auch eine Armauflage mit Getränkehaltern. Die Kopfstütze in der Mitte lässt sich in der Höhe verstellen. Ich bereite jetzt mal was vor, denn das hier klemme ich jetzt einfach mal da hin und dann gehen wir mal zum Kofferraum und uns den angucken. Der Kofferraum. Hier sind die beiden Buttons zum Zummachen und auch zum gleichzeitig abschließen. Ist groß und vernünftig. Kann man wirklich nicht meckern für die Fahrzeugklasse. Wir haben eine Durchladefunktion. Wir haben eine 12-Volt-Dose. Wir haben hier ein bisschen Ablagefläche. Wir haben Verzuhroesen drin für Gepäckraumnetze. Wir können hier die Klappe hochmachen. Haben das Gepäckraumnetz mit drin. Verbandskasten und auch noch ein bisschen Staufach sozusagen. Jetzt habe ich gerade die Kofferraumabdeckung mal entfernt. Das Praktische dabei ist, die passt hier locker unten rein. Also keine Frage, wohin mit der Kofferraumabdeckung, wenn man mehr Höhe benötigt. Einfach da unten rein und dann sieht man auch, man kann es locker umklappen, die Rückbank. Dreiteilig, äh, zweiteilig und man hat eine gerade Ladefläche ohne, dass irgendeine Erhöhung da ist und wirklich sehr viel Staurach. Falls du bereits ein Kind mitbringen solltest und das man nicht hinten sitzen kann, lässt sich der Beifahrerairbag deaktivieren und das Kind kann dann in einem Kindersitz auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Ansonsten haben wir noch ein Staufach. Als Handschuhfach. Oben ist extra eine Halterung für die Bordmappe und ansonsten ist das hier überschaubar. Hier kann man noch einen Stift mit rein machen, damit man einen immer damit dabei hat. Falls du bis hier in den Partnerscheck angeschaut hast, glaube ich, dass du wirklich gerade auf Partnersuche bist und dass Volvo XC40 interessant für dich ist. Ob Volvo XC40 wirklich noch zur Verfügung steht, erfährst du in der Videobeschreibung. Dort ist ein Link hinterlegt, mit dem Suchergebnis eingefügt, wo Volvo XC40 normalerweise vorzusehen sollte. Sollte nach dem Link Volvo XC40 nicht mehr zu finden sein, dann hat Volvo XC40 hoffentlich einen neuen Partner gefunden. Aber Volvo XC40 ist ja nicht der einzigste, den ich dir vorstelle. Du hast jetzt noch die Auswahl zu anderen Partnern, die dir vielleicht gefallen könnten. Such dir einfach was aus. Ansonsten, wenn du keine neuen Partner verpassen möchtest, abonniere einfach meinen Partnerschaftskanal und aktiviere die Glocke. Vielen Dank, dein Holly.